jetzt werfen wir mal einen blick auf die bose connect app und zunächst einmal starte ich die app die app lädt jetzt das dauert kurz und jetzt zeigte mir ja hier erneut ein paar infos anders ich muss die datenschutz richtigen akzeptieren so wie immer bei jeder app und so weiter jetzt erkennt er den revolve mini den habt jetzt gerade gesehen und jetzt fragt er mich welche sprache ich einstellen soll das habe ich im video teil 1 schon manuell gemacht deswegen steht hier auch schon deutsch ich kann das natürlich auch direkt über die app machen oder eben über die plus und minus tasten beim ersten einschalten ich tippe jetzt auf weiter kann den lautsprecher benennen gehe wieder auf weiter ich sagte mir im hintergrund bereit für die verbindung jetzt fängt er auch hier wieder an ein firmware update herunterzuladen das war auch schon beim bruse soundlink microsoft das seht ihr an diesem pfeil hier nicht den jetzt antippe dann sehe ich hier firmware wird übertragen zwei prozent abgeschlossen da warte ich jetzt erstmal bis das hier fertig ist und dann geht es eben weiter nachdem ich die firma geupdatet habe das firmware update ist nun heruntergeladen und bereit deswegen tippe ich jetzt auf update und jetzt führt er das firmware update durch das dauert jetzt kurz und das herunterladen des firmware update selbst hat aber auch mindestens zehn minuten gedauert also da braucht ihr dann schon etwas zeit das update war jetzt erfolgreich und jetzt schauen wir uns die app hier an es ist so wir sehen die app ist quasi gleich geblieben ich habe ja beim soundlink micro die app schon getestet und die sieht es eigentlich gleich aus soweit ich das überblicken kann wir haben hier das menü an der seite mit der app version und so weiter es gab natürlich ein update deswegen hat sich die version jetzt geändert dann haben wir hier unten den bluetooth knopf wo ich sehe mit welchem gerät aktuell verbunden ist also der lautsprecher kann sich mit zwei geräten verbinden das ist multi pairing und merkt sich bis zu acht geräte und ich kann diese hier auch deaktivieren über diese knöpfe dann habe ich als nächstes hier den sogenannten party modus und zwar kann man damit zwei lautsprecher verbinden da ich jetzt den micro habe und den revolve sollte das funktionieren deswegen teste ich das jetzt ich tippe auf weiter und jetzt sagte mir beide lautsprecher werden verbunden jetzt loslegen dann kommt hier stellen sie sicher dass das produkt eingeschaltet in reichweite ist das heißt ich habe jetzt hier den soundlink micro der ist angeschaltet und der revolve ist angeschaltet und jetzt kann ich den hier quasi runter ziehen auf den anderen jetzt sagt der verbindung mit hergestellt und sagt mir eine sekunde lang zum micro gehen und eine sekunde lang den bluetooth knopf drücken das mache jetzt kurz wie ihr sehen könnt sagt er jetzt okay verbindung mit hergestellt nachdem ich den knopf gedrückt hatte und jetzt stellt er eben die verbindung her jetzt hat er gerade ausgegeben per sprache party modus und ich sehe jetzt hier der revolve und der micro sind hier gelistet und jetzt ist ein neuer knopf verfügbar und zwar hier unten stereo links rechts das heißt ich kann im party modus stereo aktivieren das sagt er jetzt auch er gibt im hintergrund aus stereo modus sagt dann nach links nach rechts das ertönt dann auf den lautsprechern dann weiß ich wo links und wo rechts ist weil natürlich solltet ihr den rechten lautsprecher nach rechts stellen den linken nach links nicht anders herum wie gesagt so aktiviert man den stereo modus ich kann den lautsprecher jetzt auch wieder entfernen da ist so ein kleines x wie ihr sehen könnt das werde ich jetzt aber nicht machen es gibt hier auf der startseite auch wieder den lautstärkeregler ich sehe die akkuleistung hier unten dann kann ich hier den music player öffnen also der erkennt mein music player hier das ist in dem fall mein hörbuch player und das hörbuch was ich gerade höre da könnte ich jetzt hier auch den player steuern und dann können wir uns noch die einstellung anschauen und zwar die einstellung vom lautsprecher da gibt es oben so ein zahnrad rechts oben in der ecke das tippe ich jetzt mal an ich sehe jetzt hier produkt ist auf dem aktuellen stand kann ich hier auch wieder den namen verändern dann kann ich hingehen den timer für automatisches abschalten deaktivieren oder hier die zeit eben verändern wie ihr seht ihr habt ihr fünf minuten 20 minuten und so weiter ihr könnt ihn aber auch komplett aktivieren indem ihr unten nie antippt als nächstes haben wir hier sprachansagen während der musikfreigabe das heißt sprachansagen ist jetzt hier wohl irgendwie deaktiviert und das liegt daran weil beide lautsprecher verbunden sind habe ich ja gezeigt wenn ihr das ganze wieder entfernt also den lautsprecher das könnte ich jetzt kurz mal machen das mache ich jetzt auch und zwar kann ich jetzt hingehen ich entferne den jetzt mal hier streaming beenden jetzt hat er wieder sprachausgaben gestartet und wenn ich jetzt in die einstellungen gehe dann kann ich hier die sprachansagen quasi aktivieren und deaktivieren beim revolve und er fängt natürlich im hintergrund auch wieder direkt an zu quatschen diese sprachansagen kann man wie gesagt deaktivieren wenn die nerven falls euch die stören machte die einfach aus die sprache könnt ihr im nachhinein auch ändern und hier seht ihr eben die vorinstallierten sprachen beim revolve also hier ist genug verfügbar deutsch ist auf jeden fall auch verfügbar für uns jetzt in dem fall wichtig als nächstes könnt ihr auch hier wieder das benutzerhandbuch abrufen und wie ihr sehen könnt habt ihr hier wieder die wichtigsten infos sprachansagen wie kann man die sprache auswählen wie koppel ich das ganze und so weiter wie koppel ich ein mobiles gerät mit hilfe von nfc also wenn euer gerät nfc unterstützt könnt ihr das ganze leicht verbinden das ist wie gesagt so ein handbuch zu guter letzt haben wir dann noch die produkt info da könnt ihr eben noch die firmenversion seriennummer und so weiter eben sehen ich habe jetzt hier die aktuelle firmenversion das war es jetzt hier auch schon von der app so wie ich das ganze hier überblicken kann sind die funktionalitäten beim revolve plus genau gleich wie beim micro also die app bleibt gleich das heißt ihr könnt quasi mehrere lautsprecher mit dieser app steuern dafür ist diese auch gedacht und ja das war es jetzt eben von der app eine kurze übersicht von mir ich habe euch den stereo modus jetzt gezeigt und das war es von mir ich bin raus und wir sehen uns im nächsten video bis zum nächsten Mal